Herzlich Willkommen zu... ...nochmal anfangen. Alles gut. Anfangen ist ja mein Satz. Gib ein Outtake. Muss ich nochmal klatschen, oder? Nee. Gut, dann haben wir jetzt ein Outtake. Auch mal was Feines. Jetzt haben die Leute was zu lachen. Herzlich Willkommen. Zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und wieder mal gemeinsam mit meiner Freundin, Frau Dr. Martina Olesch. Vielleicht habt ihr auch schon das ein oder andere Video mit Martina gesehen. Auf ihrem Kanal natürlich auch. Da ist ja auch ein YouTube-Kanal. Oder auch hier auf meinem Kanal. Und ich bin immer happy, wenn ich Videos mit Martina machen kann. Weil ich sie schon sehr lange kenne. Und sie natürlich auch sehr schätze. Und ich auch schon oft erzählt habe, dass die Dinge, die ich weiß, ich halt größtenteils von Martina erfahren habe, gelernt habe. Auch noch von ein, zwei anderen Coaches und Trainern, die Martina auch sehr gut kennt. Vom Detlef Herget und dem leider schon verstorbenen Pitt Drenz. All diese haben mich über die Jahre geprägt und mir im Bodybuilding viele, viele Sachen beigebracht. Und da bin ich auch echt dankbar für. Denn es ist nochmal was anderes, wenn man das wirklich direkt von Menschen lernt, als glaube ich dieses, ja, ich google mal danach. Ja, aber damals hätte man doch gar nichts googeln können. Und damals konnte man ja gar nicht googeln. Das heißt, ich hatte halt wirklich nur diese Ansprechpartner. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte es natürlich auch mit meiner Karriere nicht so funktioniert. Garantiert nicht. Aber das gibt mal ein anderes Video, das Geheimnis meines Erfolgs. Da erzähle ich euch, warum ich im Bodybuilding erfolgreich war. Und da hat Martina und die beiden anderen Personen, von denen ich gerade gesprochen habe, natürlich einen Riesenteil dazu beigetragen. Aber kommen wir zurück zu dem Video, worüber wir heute reden wollen. Ein Thema, was glaube ich nicht nur Bodybuilder interessiert, sondern auch viele Fitnesssportler oder auch Menschen, die einen gesunden Lifestyle haben wollen, machen wollen. Ich denke, es ist ein ziemlich breit gefächertes Thema. Und zwar geht es darum, wie viele Mahlzeiten sollte ich am Tag zu mir nehmen. Früher war es ja mal ganz kurios, als ich so in meiner Hardcore-Bodybuilding-Zeit war, da hieß es ja dann möglichst viele Mahlzeiten. Da haben die Bodybuilder ja dann acht bis zehn Mahlzeiten am Tag zu sich genommen. Man ist praktisch nur noch mit einer Gabel und einem Tupperdöschen in der Gegend rumgelaufen. Und es war mal eine Zeit lang sogar so verrückt, dass gesagt wurde, nachts aufstehen und noch eine Mahlzeit zu sich legen. Genau, oder Infusionen legen. Ja, bis ich dann irgendwann mal von dir gelernt habe, der Schlafnacht wäre wichtiger als diese eine Mahlzeit, ich zugenehme. Aber kommen wir zurück zu dem Hobbysportler, Freizeitsportler. Wie sieht es jetzt tatsächlich aus? Wie viele Mahlzeiten sollte ich denn jetzt zu mir nehmen? Also wenn wir in der Aufbauphase sind, da gibt es ja ein paar Dinge, die wir erfüllen müssen. Und dazu gehört, dass man optimalerweise den Muskel in einem anabolen Feld halten muss. Und dazu haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal Training. Training kann man ja meistens nur einmal am Tag machen, wenn überhaupt. Oder ihm eine Portion Aminosäuren zuführen. Dann hat er auch eine Anabole-Antwort. Und deswegen sollte man in der Aufbauphase alle drei, spätestens alle vier Stunden, dem Muskel eine Anabole-Antwort schenken über eine Portion Aminosäuren. Also Eiweiß oder EAAs oder, keine Ahnung, ein Stück Fleisch, also Protein. Also dadurch ist ja die Mahlzeitenabfolge schon mal vorgegeben. Was versteht man denn jetzt unter Mahlzeit? Das muss ja jetzt natürlich nicht immer eine Hühnerbrust oder ein Steak sein. Da geht ja auch mal eine Portion EAAs zum Beispiel oder mal ein Ei oder wie auch immer. Und die Portion sollte so ungefähr 25 Gramm enthalten, mindestens. Wenn man natürlich schwerer ist, muss man die Portion größer machen. Und wenn man älter ist, muss man auch die Portion größer machen. Also, ich würde jetzt in meinem Alter sagen, so ab 60. Spätestens, da reagiert der Muskel nicht mehr auf die 25 Gramm, da muss man ihm schon mal 30 Gramm geben. Und dadurch bedingt sich ja schon mal die Anzahl der Mahlzeiten in der Aufbauphase auf jeden Fall. Ob man dann dazu Fett oder Kohlenhydrate isst, das richtet sich nach deinem Coach, ob der da eher der Kohlenhydrat-Fanatiker ist oder der Fett-Fanatiker oder nach anderen Dingen. Aber da ist das vorgegeben. Wenn man Körperfett reduzieren will, dann wird es ein bisschen komplizierter. Wenn ich jetzt meine Muskeln unbedingt halten möchte, weil ich eh nur wenig Muskeln habe, dann sollte man das auch einhalten, dass man da regelmäßig die Proteinmenge zuführt. Also Fitnesssportlerinnen, Bikini-Athleten oder generell Frauen, die ja sowieso mit wenig Muskelmasse üblicherweise begnadet sind, die sollten das auch beibehalten, diese Abstände. Okay. Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der ziemlich übergewichtig ist, dann kann es sinnvoll sein, wenn man die Mahlzeitenabstände vergrößert. Erstens haben übergewichtige Menschen auch überdurchschnittlich viel Muskulatur im Vergleich zu normalen 70-Kilo-Menschen. Und die profitieren eher davon, wenn die Mahlzeiten etwas weiter auseinander liegen. Das hat nicht nur Stoffwechselgründe, sondern das hat auch Gründe mit der Akzeptanz von der Diät. Weil die oft solche Menschen sind, die mal da was essen, mal da was essen und mal da was essen. Und wenn man denen sagt, du darfst nur zu der Zeit, zu der Zeit und zu der Zeit essen, dann schaffen die auch eine Kalorieneinsparung. Also je übergewichtiger ein Mensch ist, desto wahrscheinlich kommt der besser mit weniger Mahlzeiten aus. Da kann man immer noch mal einen Snack vorgeben. Also wenn ich dann sage, okay, wenn du gar nicht aushältst, kriegst du einen Shake zwischendurch. Oder du kriegst mal einen Pfannkuchen aus Eiklar und Weih zwischendurch, von mir aus. Aber das ist dann ganz genau definiert. Ja. Und was ist jetzt mit der ganzen Fraktion, die dieses intermittierende Fasten machen? Das ist ja immer wieder Thema. Und ich habe auch bei mir im Coaching Personen, die das bevorzugen. Die sagen, ich kann da nichts essen, ich will da nichts essen. Und dann fangen die halt erst nachmittags irgendwann an, lassen das Frühstück ausfallen, das Mittagessen manchmal auch noch. Und klar, abnehmen tun die natürlich auch. Logisch. Logisch, weil das steuern wir ja über die Gesamtkalorienmenge. Ja, also intermittierendes Fasten, das klappt nur, wenn ich dadurch wirklich Kalorien einspare. Wenn ich die gleiche Kalorienmenge, die ich sonst essen würde, einfach nur dann auf einem kurzen Zeitfenster esse, habe ich natürlich keinen Erfolg. Gesund wird es auch nicht dadurch, ich sage immer, wenn ich den ganzen Tag nur Scheiße esse, ist es egal, ob ich die von 8 bis 18 Uhr esse oder von 2 bis 18 Uhr. Also man muss damit erreichen, dass man wirklich weniger isst. Wenn ich tatsächlich Frühstück und Mittagessen auslasse und nur noch das Abendessen esse, habe ich natürlich Kalorien gespart, dann funktioniert es. Aber aus sportlicher Sicht ist das natürlich nicht das Optimum. Wenn ich meinen Körper den ganzen Tag nicht mit Eiweiß versorge, das muss man sich überhaupt nicht schönreden. Das ist nicht das Optimum. Wenn wir vom Bodybuilding-Sport reden, ist das nicht das Optimum. Wenn ich irgendwie Fitnesssport mache und es mir nicht darauf ankommt, wenn da ein bisschen Muskulatur vielleicht flöten geht, aber hauptsächlich Körperfett weggeht, ja, das können wir verschmerzen. Wenn ich jetzt eine Wettkampfathletin habe, die in der Endphase ist und die sagt mir, okay, ich habe jetzt nur noch so wenig Kalorien, ich möchte lieber mit dem Frühstück erst später anfangen. Ja, in Gottes Namen. Auch das machbar. Kann man vielleicht morgens mit einer Handvoll Aminosäuren schon mal anfangen. Das ist dann nicht mehr wirklich intermittent fasting, aber schadensbegrenzt. Das wird ja oftmals missverstanden. Wenn ich Aminosäuren zu nehme, ist das dann nicht mehr nüchtern. Nicht mehr nüchtern. In dem Moment, wo was anderes außer Wasser reingeht, also zum Beispiel die Steffi bei uns, die hat morgens immer so eine Art Bulletproof-Koffee getrunken. Da war aber dann nicht nur Fett im Kaffee, sondern auch immer ein bisschen weh. Das ist dann nicht mehr gefastet. Aber sie hat trotzdem die erste Mahlzeit sehr lange rauszögern können, hat aber dann auch keinen Muskelverlust gehabt. Also da gibt es dann immer so Zwischenschritte, wie man es machen kann. Aber ich bin halt kein Fan von, die erste Mahlzeit unendlich weit nach hinten rauszuschieben, wenn ich Sportler bin. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil der Sport natürlich eine gewisse Performance bringen muss. Und letztendlich könnt ihr natürlich essen, wie ihr wollt. Ja, sowieso. Oberste Regel ist, glaube ich, immer die Gesamtkalorienmenge, die ich zu mir nehme. Aber allein aus sportlicher Sicht gesehen und auch um einen gesunden Lebensstil zu kriegen, wäre es dann doch zu empfehlen, ein Mahlzeiten-Timing zu haben, wo man roundabout zumindest vier Mahlzeiten am Tag hat. Ja, es ist auch so, wenn man alle Muskeln verliert, dann nimmt man es zwar auf der Waage ab, aber man kann das ja langfristig nicht halten. Insofern ist es schon wichtig, dass man auch für, wenn man jetzt kein Sportler ist, trotzdem die Muskelmasse hält. Ja, wäre auch wieder ein komplett neues Video dann, um das Thema nochmal einzugehen, wie wichtig der Erhalt der Muskelmasse ist. Und dass man halt nicht gleich sagen kann, ja, ich habe abgenommen, super Erfolg. Und dann wird der Jojo-Effekt doppelt und dreifach so stark, weil ich halt einfach weniger Kalorien verbrenne, dadurch, dass ich weniger Muskulatur habe. Also ein Risiko, was mit Sicherheit dann auch darin geborgen ist, wenn ich halt lange Phasen habe, in denen ich nichts esse. Ja, hätte ich noch einen Aspekt noch da. Oft nehmen Sie sich ja vor, ich esse heute nichts, dann essen Sie morgens nichts und mittags nichts. Und das läuft alles super. Und wenn Sie abends nach Hause kommen, dann entgleist es total und dann kommen mehr Kalorien rein, als man über den Tag gegessen hätte, wenn man was vernünftig gemacht hätte. Und da umstellt dann auch der sogenannte Heißhunger. Ja. Wo ich dann unkontrolliert die ganze Nacht durch esse. Ja. Ja, super. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Und wenn man es allein nicht hinkriegt, dann könnte man sich auch mal einen Coach nehmen. Ja, natürlich. Das ist bei den meisten Sachen hilfreich. Da können wir natürlich gerne Werbung für machen. Ja. Sowohl Martina als auch ich machen das natürlich. Aber wir wollen euch in dem Video jetzt nichts verkaufen. Aber wenn ihr Probleme habt oder Ziele habt, die ihr erreichen wollt und das alleine vielleicht nicht schafft, sucht euch wie in jedem anderen Sport halt einen Trainer. Ja. Oder mittlerweile nennt man es ja Coach. Ja. Betreuer, wie auch immer. Und dann sind wir natürlich gerne für euch da. Ja, deswegen schreibt uns an, sprecht uns an. Kein Thema. Supportet uns. Supportet Martina auf ihrem eigenen Kanal. Und schaltet natürlich demnächst auch wieder ein hier auf meinem Kanal, wenn es weitere Videos gibt. Mit mir alleine, aber auch mit Martina zusammen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020